Kommen wir nun zur ersten Lerneinheit, zur Public Core Deployment Pipeline. In der Einführung zu den Lernzielen haben wir bereits das Sequenzdiagramm einer Pipeline erörtert. Ich möchte Ihnen nun das reale Objekt dahinter zeigen, die Pipeline, wie sie im Asnova-Projekt für alle Entwickler verwendet wird. Auf diesem Tab haben wir den aktuellen Release-Stand unserer Asnova-Anwendung. Ich beginne hiermit, Sie hatten im Bild gesehen, dort hatten wir den Smoke-Test, also einen Durchstichtest, der relativ schnell die Sicherheit gibt, dass die Anwendung sich so verhält, wie erwartet. Bei dieser Anwendung, Feedback-System, empfiehlt sich beispielsweise ein Test, der die Datenbank auch strapaziert. Legen wir also einmal eine Session an. Wenn das funktioniert, ist hier schon viel gewonnen. Das sieht auch ganz normal aus. Ist hier auch die Produktion. Und diese Session wollen wir natürlich nicht als Dateileiche dort liegen lassen, sondern werden sie erst einmal löschen. Und wir sind dann wieder in der Ausgangssituation. Das ist tatsächlich der Smoke-Test, den wir für die Travis CI Pipeline implementiert haben und die wir uns später ansehen werden. Beginnen wir also bei der Pipe am Anfang, beim Versionsmanagement-System. Das heißt, wir sind, naja, ich hätte vielleicht noch sagen sollen, das ist das Plugin von Jenkins, was uns eine Visualisierung der einzelnen Phasen der Pipeline zeigt. Und es ist interaktiv. Wir können also auf die Artefakte zugreifen. Wir können den Bildprozess auslösen. Dazu sollte ich mich allerdings anmelden. Soll er nicht jeder können. Wir sehen jetzt noch mal andere Möglichkeiten. Wir können den Bild manuell hier auslösen. Ich zeige Ihnen aber nochmal unser Repository. Das wäre das Repository bei GitHub. Wenn man dort ein Commit tätigt, dann würde Jenkins darauf reagieren, indem es halt minütlich, sekündlich oder in welchen Intervallen auch immer das Source Code Management System abfragt auf Änderung. So ist es hier realisiert. Das kann man aber auch als Hook, sogenannten Post-Hook, implementieren, sodass also automatisch, zeitnah mit Einchecken auch der Jenkins gestartet wird. Nochmal zu den Phasen, die wir hier haben. Also zum einen unser Frontend, was ich Ihnen eben vorgestellt habe, das Sie ja leitlich kennen. Dann das Backend, also die Implementierung der RESTful API, diese Anwendung. Das ist im Wesentlichen Java, IE, Enterprise Edition, realisiert mit dem Spring Framework und zahlreichen anderen Komponenten. Und dahinter natürlich die Couch-DB als Datenhaltungssystem. Sobald also die Software Frontend-seitig, Backend-seitig erstellt worden ist und die Unit-Tests abgearbeitet wurden, erfolgreich abgearbeitet wurden, erfolgt parallel die Auslösung der Jobs, die hier gelistet sind. Zum Beispiel den User Acceptance Test mit einem Selenium-Oberflächen-Script. Beispielsweise das, was wir gerade gemacht haben, das Anlegen an der Session, das Löschen dieser Session. Dann das Prüfen auf Barrierefreiheit. Da gibt es automatisch Arbeit mit Tools. Web Accessibility Initiative. Dann haben Sie in einer Hausaufgabe Performance Tests realisiert mit dem Apache J-Meter. Den können wir hier einbinden. Sicherheitstests, ob wir gegen Attacken geschützt sind, ob Brute-Force-Attacken möglich sind und dergleichen mehr. Und wir haben unsere statische Code-Analyse mit SonarCube, die etwas länger braucht als manch andere Testphase. Und wenn das alles durchgelaufen ist, wobei das nur abhängig ist von diesem derzeit, also ist es realisiert vom User Acceptance Test, wenn der realisiert ist, umgesetzt ist, erfolgreich durchgelaufen ist, wird das Deployment angestoßen. Hier behandelt es sich im Hintergrund um ein manuelles Auslösen dieser Phase. Also da muss ein Mensch drüber schauen und sagen, ja, ich habe alles studiert hier, alles liegt im Rahmen der Grenzbereiche, die akzeptiert werden und kann also das Release freigeben. Ich werde jetzt zur Anschauung einmal den Bild starten. Und Sie sehen, meine Wenigkeit hat ihn ausgelöst. An diesem Tag, zu dieser Zeit, das ist der Fortschritt. Und nun sehen Sie, die Phase ist abgeschlossen. Das Frontend-Centure-Touch-Command ist absolviert, gebaut und entsprechend die JavaScript-Dateien, CSS-Dateien minifiziert, konkateniert. Sie erinnern sich, das haben wir im zweiten Teil des Kurses gemacht. Jetzt wird das Backend aufgebaut. Das ist das, was Sie mit, nachdem Sie Vagrant abgestartet haben, in der VM mit dem Start-Skript auslösen. Das geht hier alles etwas flotter von sich, hoffe ich jedenfalls. Gelb signalisiert, dass jetzt die Pipeline instabil ist. Auch das ist ausgeführt. So, Sie sehen, alle Phasen der Pipeline wurden abgearbeitet. Das gilt für alle parallel Ausgeführten gleichfalls. Und die entscheidende Phase hier, an der sich das Deployment anschließt, Pre-Stage-Deployment, wurde auch ausgelöst. Alles ist sehr schnell durchgegangen, sodass wir das in den Fortschrittsindikatoren gar nicht gesehen haben. Zumindest nicht hier in dem Browser, den ich am Laufen habe. Wir können hier interaktiv in die einzelnen Logs hineingehen und uns anzeigen lassen, was dort passiert ist. Das sind die Bildprozesse, in diesem Fall für das Frontend oder für das Backend. Das ist dann interessant, wenn es halt nicht so erfreulich ausgeht wie hier, sondern Sie schauen müssen, woran es denn gelegen haben könnte. Aber was Sie hier insbesondere sehen, sind die zahlreichen Unit-Tests, die durchlaufen wurden. Schauen wir uns noch kurz das Ergebnis der statischen Code-Analyse an. Also von diesem Lauf in dieser Phase. Da werden einige Code-Qualitätssicherungsmetriken erstellt. Und das lässt sich bei SonaCube auch grafisch anzeigen. Das war der Bild. Der sechste. Wenn wir auf die Startseite dieses Jenkins-Jobs gehen, haben wir hier beispielsweise das Sona-Ergebnis. Und hier können Sie sich informieren, inwieweit der Code sich verschlechtert hat oder gar verbessert hat. Wir haben eine Unit-Test, Abdeckung von 100%, 77 Tests in 7 Sekunden. Wir haben einige Problemfälle in diesen Kategorien, denen man eventuell nachgehen müsste. Und die technische Schuld, wenn man es nicht tut, also die Belastung, die Zinsbelastung für die nächste Generation von Entwicklern, die diesen Code irgendwann übernehmen, beträgt beim Backend. Und nur das betrachten wir hier vier Tage, sechs Stunden, um diese Missstände hier zu beseitigen. Ja, soviel zur Pipeline. Mal schauen gerade, ob denn unser System noch steht. Einen Smoke-Test sollten wir uns nochmal kurz anschauen. Ja, das sieht alles gut aus. Wir haben ein neues Release mit einem Commit, der keine Code-Änderung hervorbrachte, sondern er war manuell ausgelöst. Und wir haben unser System wieder in einem stabilen Auslieferungszustand.